Hallo, schön, dass du da bist. Dieses Video ist inspiriert von einem meiner Lieblings-ASMR-Videos von Heather Feather ASMR. Es ist kein Video im eigentlichen Sinn, da es wieder keine Bildaufnahmen zu sehen gibt. Das ist aber bei dieser Art von Video auch wirklich schwer zu filmen, weil es gibt eigentlich nicht viel zu sehen. Außer, dass du und ich unter einer Decke sitzen. Heather Feather hat auch nur einen Sound Slice gedreht. Und dieses Video von hier habe ich mir bestimmt schon über 100 Mal angesehen. Das ist kein Witz. Weil ich die Geräusche einfach so entspannend finde, wie sie über die Decke streicht. Und das klingt so. Und das klingt so. Und das klingt so. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und über deine Ohren streichen. Vielen Dank. Ich rücke etwas näher an die Herren. Es wird ganz schön warm hier drin. Aber heute ist so ein regnerischer Tag. Da tut die Wärme ganz gut. Es erinnert mich an meine Kindheit. Wenn man aus Sofakissen und einer großen Decke eine Kissenburg gebaut hat. Und dann war es auch immer ganz dunkel und kuschelig. Und man wollte gar nicht mehr aus seiner Kissenburg herauskommen. Okay. 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 Jetzt fängt es an zu regnen. Und wieder. Und so geht es jetzt schon die letzten zwei Tage. Das sind immer ganz kurze Regengüsse. Aber dann richtig richtig heftig. Vor drei Tagen bin ich morgens um 10 Uhr davon aufgewacht, weil der Regen so laut auf mein Fenster gebrasselt hat. Und dann musste ich mich in das einzige Zimmer in meiner Wohnung verziehen, das kein Dachflächenfenster hat, um dann zu schlafen. Okay. 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 Let's go. Okay. Thank you. Jetzt wird es schon wieder auf, kürzer regnen, das Wetter spielt echt verrückt diesen Sommer. So, ich würde uns jetzt mal aus dieser dicken Umgebung befreien. Einen Moment. Ah, frätschaloft. Die Decke, die wir gerade eben noch über unseren Köpfen hatten, ist sehr weich und flauschig. It's so fluffy und gar nicht da rein. So, diese Aufnahme. Geht jetzt auch schon fast 15 Minuten, auch wenn ich wahrscheinlich die ersten paar Minuten wegschneiden muss, weil es wirklich so stark geregnet hat. Und ich habe mein eigenes Wort kaum verstanden, wie ein Tag, dass du heute da warst und mir Gesellschaft geleistet hast. In meiner kleinen Kissen- und Deckenburg. Ich hoffe, du kommst bald wieder. Und du hast einen schönen Tag. Tschüss. Bis bald.